Siyad S.I.A.D Yo, yo, was geht? Hier ist Al Pagan, immer noch der Vater aller Glatzen. Kurzer Shoutout für meinen Homie Siyad S.I.A.D. Seine EP kommt am 19.06. raus. Die EP heißt ganz locker. Er hat es einfach mal ganz locker gemacht, die EP. Ein starker Newcomer, Siyad. Die EP ist erhältlich über Google Play, iTunes und Amazon.de. Wie gesagt, bestellt sie euch, kauft sie euch, zieht ihn euch rein und feiert Siyad wie Al Pagan. Ganz locker die EP am 19.06. im Handel. Vielleicht ist sogar auch ein Feature mit Kretze drauf.